Diese zur Miete angebotene Verkaufsfläche steht in Bad Nemndorf. 1900 wurde dieses Objekt erbaut. Die Verkaufsfläche verfügt über zehn Parkplätze. Auf einer Gesamtfläche von ca. 170 Quadratmetern weist das Objekt eine Verkaufsfläche von ca. 170 Quadratmetern auf. Den Preis des Objekts erhalten Sie auf Anfrage. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020